Moin Leute, willkommen bei Comic-Inn und willkommen zu einer neuen kleinen Reise von mir. Wir brauchten eine neue Marvel-Reihe, der Devil pausiere ich jetzt, nachdem wir Bendis abgeschlossen haben, bis wir zum Brewbacker übergehen. Ich dachte mir, ich schnapp mir mal eine Figur, von der ich noch nie eine ongoing verfolgt habe. Iron Man. Das Einzige, was ich zu Iron Man bisher gelesen habe, waren die Fear Itself Tie-Ins, die, denke ich mal, auch aus der ongoing Selbstwand. Dafür hatte ich damals aber noch kein Gefühl und bewusst habe ich die dann auch nicht weitergelesen. Heißt, ich habe mir die Iron Man Volume aus 2020, das ist Iron Man, also wirklich nur der Name Iron Man, Volume 6 damals gewesen. Besteht aus 25 Heften plus einem Annual, das, soweit ich weiß, auch nicht im deutschen Raum veröffentlicht wurde. Heißt, wir haben auch noch einen klitzeklitzekleinen Mehrwert für die von euch, die nur die deutschen Comics lesen. Ich habe damals den Eindruck gewonnen, als ich die Reihe zusammengesammelt habe, dass das hier eine sehr homogene, atmosphärische Reihe ist, die einfach ihren Stiefel durchzieht über die 25 Ausgaben, geschrieben von Christopher Cantwell, gezeichnet von Cafu. Das sah sehr, sehr rund und sehr, sehr gut aus und deswegen fiel es mir jetzt leicht, diese Reihe hier für eine kurze Zwischenreise rauszuziehen. Christopher Cantwell, was hat der davor so gemacht? Man muss dazu sagen, dass beide, sowohl Cantwell als auch Cafu, noch nicht so viel Arbeit für Marvel verrichtet haben. Beide sind noch relativ frisch im Game drin. Christopher Cantwell hatte seine erste Ongoing bei Marvel mit Doctor Doom im Jahr 2019, eines der Corona-Opfer dann im Folgejahr, leider Gottes. Die Reihe kam damals auch gut an und danach durfte er an die neue Iron Man Ongoing, wie der Iron Man Verlauf war und wo man am besten einsteigen sollte vor dieser Reihe, um diese Reihe gänzlich zu verstehen. Da kommen wir gleich drauf. Nach Iron Man durfte er noch ein Captain America Zwischenstück schreiben. Das war nach der Tanehishi Codes Volume United States of Captain America, ein Sechsteiler. Sowie dann ein paar Minis in der Folge rund um Thanos, Namor, Gold Goblin und auch eine Hellcat Patsy Walker Mini, die wir vielleicht noch anschließend an die Iron Man Volume betrachten könnten, denn die schließt daran an. Cafu, der hat ebenfalls noch nicht so viel gemacht, sogar nochmal deutlich weniger. Der ist eingestiegen mit Valkyrie, Jane Foster Volume 1, hatte ich so auch gar nicht mehr am Kopf. Ebenfalls ein Corona-Opfer, also eine weitere Reihe, die dann zu Corona eingestellt wurde, mit ich glaube 10 Ausgaben. Danach ist er an Iron Man gegangen und dann rüber zu Venom, wo er aktuell noch zusammen mit Al Ewing dran arbeitet. Also nicht ganz unbeschriebene Blätter, beide hatten schon gute Reihen und beide, hoffe ich, verrichten hier richtig tolle, das Handwerk. Cover Artist, das verspricht natürlich eine gute Reihe, ist Alex Ross. Ihr seht das hier schon bei der Nummer 4, das dürfte die einzige Ausgabe sein, zu der ich nicht das reguläre Cover habe. Damals war ich noch in meinem Variant-Hype drin, 2020, wo ich fragwürdige Entscheidungen bezüglich der Cover getroffen habe. Ich meine, das hier ist noch okay mit dem Nullified-Variant. Ihr seht, die Alex Ross-Cover sind absolut spitzenklasse. Ich wüsste nicht, warum man die nicht mitnehmen sollte. Ich habe hier noch andere Varianten, die gar nicht so geil sind. Also natürlich, das hier ist natürlich ein Klassiker, der musste mitkommen. Die Alex Ross-Portrait-Variant-Cover, in dem Fall zu Iron Man, die Nummer 1. Das ist ein No-Brainer gewesen, aber gut, der hier war auch noch witzig. Leichte Horror-Thematik mit Man-Thing, man sieht, das ist so ein bisschen auf Vintage angelegt. Ist auch noch cool. Man-Thing in der Iron-Man-Rüstung, so klassischer Marvel-Horror, geht auch noch. Thor war zum Beispiel Frankestein, Hulk, glaube ich, The Living Mummy. Das ist auch noch witzig. Aber der hier, also da kann ich mir beim besten Willen nicht mehr erklären, was mich da geritten hat. Dieses Lego-Variant zur Nummer 4, ich habe keine Ahnung. Hatte ich da, ich glaube, ich hatte das Iron Man 4 Nullified Variant damals noch nicht. Und das hier war das Einzige, was sie noch im Comic Room hatten. Denn die Reihe hatte ich nicht von Beginn an im Abo, sondern habe mich erst später dazu entschlossen, als ich wahrgenommen habe, wie viel Potenzial in dieser Reihe liegen könnte. Schauen wir mal, was sollte man denn lesen, was ist zuletzt mit Iron Man passiert. Denn das hier ist offensichtlich kein so guter Einstiegspunkt. Aber irgendein Tod musste sterben. Also, man sollte grundsätzlich wohl beginnen mit dem Event Civil War 2. Genau wie für den Immortal Hulk, ne? Denn nicht nur der Hulk ist damals gestorben und dann im Immortal Hulk wieder auferstanden. Auch Tony Stark ist dort gestorben. Und dann brauchte ich ein wenig Unterstützung von Kane, der mir den richtigen Weg ebnete, damit ich das hier überhaupt verstehen kann. Denn wenn man jetzt einfach so einsteigt, hat man sehr viele Fragezeichen vor Augen und versteht gar nicht, was die Grundlage dieser Reihe sein soll. Nach seinem Tod hinterließ er Riri Williams, die ja durch Generations dann die neue Iron Man wurde. Der Hype war riesig. Hinterließ er ihr eine KI mit seinen Hörnmustern. Daraufhin wurde ein Klonkörper für Tony Stark gebaut. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er noch in diesem drin steckt. Es folgte die ongoing Tony Stark Iron Man, die 19 Hefte stark war, sowie dann anschließend direkt an diese Volume das Event Iron Man 2020 mit einer Event Hauptreihe und vielen kleineren Minis, teilweise nur Zweiteiler oder One Shots. Aber es war dann doch relativ viel. Und das war das Event, wo ich damals eingestiegen war, Iron Man Hefte zu kaufen. Weil ich mir dachte, so ein Event von Iron Man, in Events sollte man immer easy reinfinden, ist wohl gar nicht so der Fall, weil das merke ich jetzt halt auch hier. Es ist nicht nur Civil War 2 eigentlich entscheidend für den Kontext. Es ist auch Iron Man 2020. Da wird so viel Bezug drauf genommen am Anfang. Also da glüht dir die Birne, wenn du das hier alles liest. Denn du musst so viel Arbeit erstmal reinstecken, wenn du da Bock drauf hast, um hier wirklich 100% bereit zu verstehen, dass das kein Easy Snack ist. Bei weitem nicht. Aus diesen drei Reihen, beziehungsweise Events, also Civil War 2, Tony Stark, Iron Man und Iron Man 2020, gehen wir jetzt also mit einem Tony Stark heraus, der nicht genau weiß, was er ist. Ist er nur eine künstliche Intelligenz oder ist er wirklich noch Mensch und mit allen Eigenschaften eines Menschen gesegnet? Dementsprechend treffen wir hier einen sehr niedergeschlagenen, nahezu depressiven Tony Stark an, der eindeutig psychische Probleme hat und den wir so gar nicht wiedererkennen, der sein Reichtum gar nicht ausleben kann, dem plötzlich alles egal ist, mit dem wir wahrscheinlich wieder auf die richtige Spur geraten müssen. Tony Stark bekommt in dieser Reihe dementsprechend Unterstützung von Patsy Walker, die eine wirklich geniale Ergänzung an seiner Seite ist, die ebenfalls unter psychischen Problemen leidet, diese aber schon weiter in der Vergangenheit angelegt sind. Heißt, sie hatte schon mehr Zeit, das zu verarbeiten und kann Tony Stark durch die identischen Erfahrung natürlich eine Stütze sein. Sehr, sehr interessante Dynamik, ein tolles Duo, was wir hier über die ersten fünf Ausgaben verfolgen. Das hat mich tatsächlich weggehauen. Ich dachte ursprünglich, Patsy Walker Hellcat ist ein quietschbunter, fröhlicher Charakter, jetzt allein geurteilt nach dem Outfit, aber das ist wirklich gar nicht so. Also über diese fünf Hefte ist das der Charakter, der hier wirklich am meisten Spannung reinbringt, am meisten Freude auf Leserseite. Ein toller Charakter, tolle Dialoge, die hier zu Tony Stark und Patsy Walker geschrieben werden. Eine tolle Chemie zwischen den beiden. Das macht richtig Spaß, jedes Gespräch der beiden zu verfolgen. Egal ob fröhlich, etwas oberflächlich oder dann ganz tiefsinnig und etwas melancholisch angehaucht. Also die beiden über diese 25 Hefte werden absolut toll zu verfolgen sein. Wenn man sich jetzt nicht unbedingt informiert bezüglich dieses ganzen Hintergrunds, was passiert ist zuletzt und Tony Stark dann hier agieren sieht, fragt man sich, warum und was soll das? Nicht nur ist verwirrend, wie er sich verhält und wie er sich loslöst von allen materiellen Dingen oder das zumindest versucht, sich dabei aber auch in Widersprüchlichkeiten verstrickt. Das Pacing ist genauso verwirrend innerhalb der Hefte. Die ersten beiden Hefte sehen wir einen Tony Stark, der einen Weg für sich finden muss, raus aus dem Daily Struggle, der immer noch da ist. Wir treffen hier auf verschiedene kleinere Schurken, die auch nichts unbedingt mit Iron Man zu tun haben müssen. Ein Terax, ein Cardiac, ein Unicorn. Das ist aber alles nur so geschehen nebenbei. Wisst ihr, er konzentriert sich da nicht drauf. Er erledigt diese Schurken, ist mit seinem Kopf, seinen Gedanken aber ganz woanders. Er hat ganz andere Fragen und Probleme zu lösen. Und dementsprechend unwichtig kommen uns die Schurken in diesen Momenten auch vor. Wir sehen einen Tony Stark, der an illegalen Autorennen teilnimmt, um sich irgendwie selbst zu finden. Das sind ganz komische Aktionen und Handlungen, die er hier vornimmt. Und so sind die ersten Hefte dann in sich auch unterteilt. Das heißt, wir haben hier so 50-50-Trennung. Erstmal haben wir einen Tony Stark, der ganz komische Dinge vollführt. Und dann haben wir hinten raus noch ein halbes Heft, wo dann die Interaktion und die Dialogarbeit zusammen mit Patsy Walker vorgenommen wird. Die erste Hälfte dachte ich mir, was ist denn hier los? Ich verstehe überhaupt gar nichts. Und hinten raus haben wir dann eine total geile Auflösung bekommen und total geile Charakterarbeit. In Bezug auf die ersten beiden Hefte war ich mir also selbst nicht ganz sicher, soll ich jetzt begeistert sein aufgrund dieser tollen Charakterdynamik? Oder bin ich eher enttäuscht und mir gefällt das gar nicht, in welche Richtung das hier mit Tony Stark geht, ohne das Wissen zu haben, was hier vorher passiert ist. Und ich komme mit der Ausrichtung für den Charakter einfach gar nicht klar. Weil wenn hier nur stumpfsinnig eine eigentliche Heldenfigur illegale Autorennen fährt, dann ist das eigentlich nicht das, was ich lesen will. Und so gefährlich ist das halt, wenn man in so eine Reihe reingeht und sich vorher nicht informiert, wenn man den Kram davor nicht gelesen hat, dann kann das ganz schnell mal in die falsche Richtung durch eine gewisse Erwartungshaltung rutschen. Also da sollte man schon ganz ganz vorsichtig sein, welche Anforderungen man an so eine Reihe hier stellt. Beziehungsweise sich dann seine Informationen nochmal im Vorhinein holen. Es ist also eine große Geschichte der Selbstfindung, insbesondere für Tony Stark. Unterstützt durch Patsy Walker und ein Cast, den wir uns innerhalb der ersten fünf Hefte dann nach und nach aufbauen. Zudem auch ein James Rhodes. Rhodey gehört, War Machine, den wir jetzt noch nicht in direkter Interaktion mit unseren Protagonisten gesehen haben, der aber schon mal integriert wurde. Und einem Cast voller Deppen. Ja, uns wird eine Deppengruppe zur Seite gestellt. Auch das finde ich sehr schön, auch wenn ich bei manchen Charakteren dann nicht verstehe, warum sie da unbedingt drin sind. Also zum einen haben wir da Gargoyle, wir haben Misty Knight, die ich da zum Beispiel nicht unbedingt sehe. Scarlet Spider, okay. Und Frogman. Also Gargoyle und Frogman, ja, der eine ist super unwichtig und der andere ist schon, ich sag mal, lange im Heldenruhestand. Da sehe ich das auf jeden Fall ein. Aber warum Misty Knight, eine immer noch brandaktuelle Figur und ein Ben Reilly dabei sind, der zumindest kurz davor auch noch seine eigene Volume mit über 20 Heften hatte? Ich weiß nicht, weil hier ging es tatsächlich um Charaktere, die unter dem Radar fliegen, die total aus dem Fokus raus sind, ne? Dass man diese Helden kontaktieren wollte im Sinne dieser Geschichte. Ich weiß nicht, ob die alle so perfekt passen, aber an sich ist das eine coole, interessante Gruppe mit guten Charakteren, die man nicht alltäglich sieht, besonders nicht in dieser Konstellation. Von daher liegt auch in dieser Gruppe eine tolle Spannung und ich hoffe, wir werden noch einige Abenteuer mit denen erleben, auch wenn sie augenscheinlich erstmal in die Luft gejagt wurden in der Nummer 5. Wir gehen gleich noch gezielt auf alle Charaktere innerhalb dieser Story ein, egal wie unwichtig die Schurken auch sind, die hier genannt wurden. Wir gucken uns das einmal an. Für mich muss ich natürlich auch ein Gefühl für gewisse Marvel-Figuren bekommen, weil viele kenne ich halt wirklich nur vom Äußeren her, aber ich habe noch nie was zu denen gelesen. Da haben wir ein paar in dieser Geschichte. Dementsprechend will ich da mit euch einmal kurz drauf gucken, so ein paar Facts zu denen raussuchen. Aber vorher noch zur Geschichte, denn wir haben natürlich einen großen Widersacher und der heißt Korvek. Für mich ist Korvek einer der größten Widersacher der Avengers, der einen der legendärsten klassischen Story-Arcs, die Korvek-Saga geprägt hat und dementsprechend eine der größten Ängste von Charakteren wie Iron Man auch darstellt. Nachdem es auch um ihn ziemlich ruhig geworden ist, taucht er nun hier wieder auf. Und hier haben wir schon eine wunderbar schöne Parallele, denn unser großes Thema dieser ersten Pfälfte ist der Gottkomplex eines Charakters, sowohl von unserem Baddy Korvek als auch von Iron Man als Superheld. Beide sehen sich als ganz, ganz große Persönlichkeiten an, die der Gesellschaft ja nur Gutes wollen, aber ist das wirklich im Sinne der Gesellschaft, die Entscheidungen, die sie der Gesellschaft aufdrücken wollen? Das ist hier so die Frage. Dementsprechend findet eine ganz interessante Identifikation von Tony Stark auch mit Korvek statt. Das ist toll. Das hat seinen Höhepunkt jetzt erstmal einen vorläufigen in der Nummer 5, wo die beiden dann auch wirklich aufeinandertreffen und einige Textpassagen austauschen können. Das ist natürlich eine sehr interessante Prämisse, wenn sich der Held mit dem Schurken gleichsetzt, der Schurke dem Held aber innerhalb dieses Dialogs nochmal klar überlegen ist, weil sich der Held auf einem psychischen Tiefpunkt befindet und Korvek natürlich nicht. Das müssen wir also wahrscheinlich im Laufe der Reihe so ein bisschen fixen, das Machtverhältnis hier kippen und dann haben wir auch eine Chance, Korvek zu besiegen. Zu diesem Zeitpunkt haben wir aber nicht mehr die große kosmische Entität Korvek. Hier in dieser Geschichte ist er nur ein Android, der angewiesen ist auf, jetzt kommen wir diese physikalischen Begriffe, da bin ich ja komplett draus, ne, elektronisches Plasma der Erde, unterstützt durch Tony Stark. Das kommt davon, wenn man allen anderen Menschen nur ein halbes Ohr zum Zuhören leitet, ne, und einfach viel zu viel Geld hat, dass man verschleudern kann. Dann kann man dem Superschurken auch mal andere Möglichkeiten eröffnen, ne. Erstes Opfer auf der Suche nach sich selbst von Tony Stark ist in dieser Geschichte Terax. Und ich finde allein schon, dieses Splash-Panel hier ist super geil. Das zeigt mir auch nochmal, Cafu, ich sehe, ich würde es anerkennen, sagen wir mal so, ich würde es anerkennen, wenn Menschen sagen, wenn Comic-Fans sagen, das ist mir ein bisschen zu computerlastig, da steckt zu viel Technik drin in diesen Zeichnungen. Für mich persönlich erzeugt das massenhaft Atmosphäre, ich sehe immer noch genug Handarbeit in diesen Zeichnungen, dass es mir echt gefällt. Ich sehe auch, dass es durchaus Seiten gibt, die sehr statisch wirken, beispielsweise, wenn Tony Stark seinen Anzug anzieht. Das ist natürlich auch so ein bisschen hier eine Anspielung auf Tales of Suspense, den ersten Auftritt von Iron Man, wenn wir das neue Bild sehen und das alte. Aber grundsätzlich liebe ich die Zeichnung von Cafu. Das ist bei dem aktuellen Venom Run genauso. Also ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Zeichner, der cooles Artwork zu gestalten kann. Ja, Terax, der arme Bengel, der tut mir hier ein bisschen leid, denn er ist hier ein Spielball für Tony Stark in dieser Geschichte, um den Daily Struggle weiter zu bewältigen, um weiterhin Heldentaten zu vollbringen, um der Gesellschaft irgendwas zu bedeuten und die entgegnen ihm halt einfach nur mit entweder Gleichgültigkeit oder Hate für irgendwelche Belanglosigkeit. Das ist schon arg unverdient und Tony überdenkt sich da natürlich sehr, sehr stark. Terax wird zuletzt einfach nur von Serie in Serie geworfen, ohne Sinn und Verstand. Also klar, es gibt keine Silversurfer Ongoings seit einigen Jahren und so findet natürlich auch ein Herold von Galactus wohl kaum seinen Platz. Das ist wirklich schade. Also hiervor das letzte Mal erwähnenswert wäre wohl gewesen in Terax Vol. 1, die ist bei uns als Megaband erschienen, wo ein paar Ausgaben miteinander aufgetaucht ist und man da zumindest ja noch kosmische Thematiken hat. Aber dann, als ich eingestiegen bin, hat man ihn nur noch einmal in Superior Spider-Man gehabt. Ähnlicher Auftritt wie hier bei Iron Man, also totaler Quatsch thematisch und dann nur noch in ganz kleinen Features, zuletzt einem Page-Giant von Silversurfer, was dann aber halt auch nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Es tut mir leid. Es tut mir leid für diese ganzen kosmischen Charaktere, weil dieser Bereich bei Marvel hat echt mal wieder ein bisschen mehr Liebe verdient. Aber er war geil in Szene gesetzt. Es tut mir leid für ihn, dass er hier dann in irgendeinen Satelliten gedrückt wurde. Und er war nie wieder gesehen in dieser Iron Man Volume. Nachdem er Terax ausgeschaltet hat, trifft Tony Stark also auf Hellcat, Patsy Walker. Ganz ehrlich, also die hat ja auch eine Geschichte hinter sich. Als ich dann in die Recherche gegangen bin, erst mal so einen Text im Mal, wie ich da noch komme, ey, muss das sein. Voll der interessante Charakter. Mega gut. Man referenziert hier bewusst auf genau eine Reihe und das ist Hellstorm, Prince of Lies. Denn Patsy Walkers psychische Verfassung ist auf ein bestimmtes Event zurückzuführen aus der Nummer 14 von Hellstorm, Prince of Lies. Ist das übrigens ein Ding, dass die Reihe Hellstorm heißt, aber der Charakter Diamond Hellstrom? Oder ist da irgendwo ein Schreibfehler hier drin? Also das geht immer mal wieder hin und her, wenn ich diese beiden Namen lese. Denn Patsy Walker war mit ihm mal verheiratet und hieß dementsprechend auch Patsy Walker Hellstrom. Patsy Walker ist gestorben in dieser Storyline. Also da muss eine große, große Beeinflussung stattgefunden haben, die sie, wenn ich das richtig verstanden habe, und ich hoffe, es hat irgendjemand von euch gelesen, der mich vielleicht korrigieren kann, in den Selbstmord getrieben hat. Das war natürlich schon mal ein Wow-Faktor für mich, weil das hätte ich bei dem Charakter Hellcat, wie gesagt, ich habe mir da ein quietschbuntes Mädel vorgestellt, nicht vorgestellt habe. Dieser Suizid war wohl bedingt durch den Charakter Death Urge, den wir in der nächsten Shopping-Tour auch einmal sehen werden. Auch ein Charakter, der eigentlich größtenteils so im kosmischen Sektor von Marvel anzusiedeln ist. Sie ist dann wieder auferstanden im Thunderbolts Annual 2000. Ich weiß von euch, ich soll mir die Thunderbolts endlich mal ranschaffen. Das hier wäre zum Beispiel ein Grund dafür. Gibt mir mehr Gründe und dann wird es irgendwann geschehen. Fand ich sehr spannend. Und klar, sie ist jetzt eine Figur, die wieder auferstanden ist, wiedergekehrt ist. Und das sind ja immer Figuren, nicht nur bei DC, den Blackest Night, die so ein bisschen was an sich haben. Und Patsy Walker wird dadurch auch verfolgt durch Stimmen in ihrem Kopf, die hier durch Korvac genutzt werden. Also sehr, sehr spannend, wie man die psychische Verfassung einer Hellcat auf ehemalig Vergangenes oder Geschehenes bezieht, was dann hier nochmal ans Tageslicht geholt wird, was so viel Sinn macht. Und ganz großartig, beide Charaktere haben ihre Schwächen und gehen damit offen um. Tony und Patsy sind in dieser Geschichte also so etwas wie eine sehr intime Selbsthilfegruppe. Das hört sich im ersten Moment etwas komisch an, hat aber einen Unterhaltungswert, der halt nicht auf Spaß basiert, sondern auf ernsthaften Gesprächen, die vielleicht mal durch einen guten Kommentar aufgebrochen werden und dadurch halt auch wieder eine tolle Chemie zwischen den beiden ergeben. Also die beiden sind jetzt schon absolutes Gold wert, auch mit ihrer Vergangenheit. Bei Korvac hatte ich so das Gefühl, dass der Charakter mit dieser ein legendären Geschichte aus Avengers Vol. 1, 167 bis 177 aus 1978 einfach so gut wie auserzählt war. Danach kam einfach fast gar nichts mehr zu ihnen und er wurde zuletzt in so Reihen wie Avengers Academy gestopft, auch nur so für drei Ausgaben. Das ist tatsächlich so ein geiler Charakter nicht wert, oder? Also da muss doch viel mehr gehen als so kleine Geschichten. Der kann doch viel größere Storys tragen als das, was da passiert ist. Also das verstehe ich nicht, dass man die Möglichkeiten solch geiler Schurken so wenig ausnutzt. Was auch total verwirrend und deplatziert auf mich gewirkt hat, war in Heft 2 ein Aufeinandtreffen mit Absorbing Man in der Murder World von Arcade. Das hat für mich im ersten Moment auch überhaupt nicht in diese Volume gepasst, soll aber halt auch nur dieses alltägliche Heldendasein, Heldentum unterstreichen, was für komische Situationen du da kommst, aus denen du dann auch wieder irgendwie halt rauskommst, um dann die nächsten Abenteuer direkt wieder zu erleben. Der ewige Kreislauf eines Helden, ja. Und dementsprechend passt es im Großen und Ganzen, wenn man bedenkt, in was für einer Situation Tony Stark hier steckt. Dieser Teufelskreis, aus dem man nicht ausbrechen kann, als Held in seiner Position. Aber macht das wirklich Sinn, wenn wir bedenken, dass der Immortal Hulk, wo der Absorbing Man ja ein konstanter Bestandteil drin war, hier schon auf sein Ende zusteuerte und Absorbing Man nicht nur am Anfang ein Red Hulk war, sondern hinten raus auch zu Gamma Flight gehörte und sogar noch in dem Spin-Off auftrat. Ich glaube nicht, dass der dann hier einfach von Arcade irgendwo wild rausgezogen wird. Da hat man beim Immortal Hulk nichts von mitbekommen. Ich denke, dass er einfach mit Gamma Flight auf Station war und das war es. Also das passt hier nicht in den großen Marvel-Kontext rein. Ich denke, das war eine kleine Unaufmerksamkeit von Christopher Kent, könnte ich mir zumindest vorstellen. Das nächste Kanonenfutter ist ein klassischer Spider-Man-Schurke für diese Reihe und zwar Cardiac, der in den 90er Jahren in den Spider-Man-Heften debütierte. Ist hier ganz cool, weil er nicht persönlichen Groll gegenüber Tony Stark hegt. Darum geht es hier auch gar nicht. Tony Stark muss hier halt irgendwelche Schurken verkloppen. Das sind keine persönlichen Verbindungen, die da eine Rolle spielen. Cardiac schießt hier halt gegen das Gesundheitssystem und das Pharmasystem und Tony Stark finanziert es halt und bezieht es deswegen so ein bisschen auf sich. Spielt aber gar keine Rolle. Cardiacs Bruder ist an einer unheilbaren Krankheit gestorben. Das hätte wohl verhindert werden können, hätte man nicht eine Droge zurückgehalten und dementsprechend hasst er jetzt das Gesundheitssystem. Okay, logisch. Und entführt ihr halt Pharma-Mitarbeiter, die für Tony Stark arbeiten. So der Zusammenhang. Fand ich interessant. Ich finde Cardiac auch, wenn sich das ein bisschen trashy anhört, immer noch interessant. Ich kann mir auch vorstellen, dass das in den 90er Jahren Spider-Man-Comics noch ein bisschen cooler kommt, weil er da dann halt nicht nur als Kanonfutter angelegt ist. Ihr müsst euch vorstellen, alle Schurken in dieser Geschichte hier sind nur dazu da, sie ganz schnell wegzukloppen. Die müssen wir nur innerhalb von zwei, drei Seiten wieder umnieten, damit wir vorankommen in der Story und Tony immer weiter an dieser Spirale nach unten gezogen wird. Jede Heldentat wird aufs Neue runtergemacht auf seinem Social-Media-Account. Er kann überhaupt nicht mehr mit der Gesellschaft. Und da ist jeder Schurke, den er wegbläst und wieder Kritik erntet, egal wie gut seine Taten sind, ein weiterer Schritt in diese Richtung. Und dann kommen wir auch schon zu unserer sympathischen Loser-Truppe. Gargoyle. Erster Auftritt, Defenders 94, 1981. Davor zuletzt aufgetreten, sowas wie Heroes for Hire. Was für ihn und zum Beispiel Patsy Walker eine verbindende Reihe ist mit Iron Man, ist die Rächer die Initiative. Aber sonst haben wir da wirklich ganz wenig in jüngster Zeit gehabt. Und deswegen sage ich, bietet sich so ein Charakter auch total gut an. Die kannst du sogar ein bisschen umschreiben mittlerweile, so wie sie dir einfach liegen vom Sprecher, weil sie sowieso keine Rolle gespielt haben die letzten, man muss ja sagen, fast 15 Jahre oder so zu dem Zeitpunkt. Genauso kannst du es halt auch bei Frogman machen, deren Marvel-Team ab 121 aus 1982 debütiert ist. Genau diese Charaktere sind wie geschaffen für so eine Heldengruppe, die du halt auch mal opfern kannst, wenn es hart auf hart kommt. Die grundsätzlich keinen Wert haben, aber sehr wertvoll für so eine Gruppenkonstellation werden können. Einfach weil sie auch etwas Frisches, etwas Neues, etwas reinbringen, was nicht alltäglich ist für uns Leser. Es ist nicht wie eine Justice League, wo wir jeden Charakter in- und auswendig kennen oder nicht wie die Avengers. Das ist eine interessante Gruppe mit Charakteren, die du noch etwas formen kannst, wo du neue Allianzen bilden kannst. Sowas, das ist halt nicht alltäglich. Misty Knight, da frage ich jedes Mal in meinen Streams, wer das denn ist, ebenfalls in Marvel-Team-Up eingeführt. Wird halt viel, viel, viel häufiger genutzt heutzutage. In dem Fall war es Captain America Vol. 9 und auch Ravencroft, die Storys, die hier direkt vorspielt. Und dann haben wir noch Ben Reilly Scarlet Spider, erster Auftritt als Scarlet Spider aus 1994. Also hier verstehe ich es halt so mit am allerwenigsten, er halt wirklich seine Ongoing vorher hatte. Und jetzt auch noch im ganz aktuellen Kontext halt eine Rolle spielt. Sowohl davor und danach ist dieser Charakter einfach ausgebucht gewesen, um das auf den Punkt zu bringen. Na klar, es ist nicht Spider-Man Nummer 1 oder vielleicht auch nicht Nummer 2 oder 3, aber trotzdem wird dieser Charakter immer und immer wieder genutzt. Und dementsprechend sehe ich den Platz in der Gruppe halt nicht ganz so als notwendig an. Aber sonst, alle haben Kessenhumor richtig gut, die wissen, sie sind nichts wert oder wissen auch gar nicht, warum sie in dieser Rolle sind, weil es ist ja klar, keiner dieser Charaktere und auch Tony Stark haben grundsätzlich eine Chance gegen einen aufgepowerten Korvek. Deswegen wissen die hier, dass sie eigentlich nichts weiter sind als ein Suicide Squad. Die rennen da rein und werden vermutlich sterben, wenn sie gegen Korvek antreten. Und genau da müssen wir jetzt das Beste aus der Situation rausholen. Schön zu sehen ist nicht nur, dass Tony sich irgendwo identifiziert mit Korvek, sondern dass Korvek sich ebenfalls eine Dulli-Truppe aufbaut. Rund um den Controller, Unicorn, Blizzard, lass da nicht noch irgendwen gewesen sein, aber zu den Klatschpappen wollte ich jetzt nicht nochmal irgendwas raussuchen, dann wäre das Video tatsächlich ein bisschen zu lang geworden. Aber ich finde das schön, dass man hier so gewisse Parallelen aufbaut und ich denke, das wird unser nächstes Kanonenfutter sein, wenn wir im 1 gegen 1 auf diese kleineren Schurken treffen werden. Korvek saugt also die gesamte Energie, untergütiger Mithilfe von Tony Stark, der Erde ab und schwingt sich auf zum Raumschiff von Galactus. Heißt das Ding auch irgendwie Taya oder so? Also seine Mom heißt ja Taya und dieses Schiff heißt irgendwie TAA-2 oder so. Und dieses Raumschiff, dieses World-Ship wird tatsächlich auch relativ häufig in der Marvel-Historie gezeigt. Also er hat schon seine Ursprung ganz weit zurück in den ersten Galactus-Geschichten bei den Fantastic Four aus den 60er Jahren. Ich weiß gar nicht, ob ich damals mit Mabugu darauf gestoßen bin. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Aber das ist jetzt das große Ziel von Korvek. Und das ist dann auch der Punkt. Er hat Iron Man besiegt, er hat die Gruppe in die Luft gejagt, an dem wir uns in Ausgabe 5 befinden. Also wir sind mit unserer Heldentruppe komplett am Boden. Auch Patsy Walker ebenfalls niedergeschmettert. Steckt total in dem Film von damals rund um ihren Tod und die Geschichte rund um Diamond Hellstrom. Also unsere Helden müssen wieder aufstehen und dann gegen Korvek ankommen. Wie sie das tun, ich bin sehr gespannt. Ich hatte unglaublichen Spaß mit dieser Reihe. Ich hatte leider nicht immer hundertprozentige Konzentration auf die Hefte. Aber trotzdem haben die Hefte mir schon enormen Spaß bereitet. Die Interaktion zwischen Charakteren, die Auswahl der Charaktere, enorm gut. Hat mich enorm gefreut, hier viele neue Charaktere kennenzulernen. Und die Reise, die begleite ich gern mit euch. Also da habe ich ein richtig gutes Gefühl, dass das über 5 Videos hinweg eine richtig unterhaltsame Reihe wird. Eine tolle Comicreihe, die Atmosphäre schon mal sehr viel bietet. Und Charaktere wirklich tief beleuchtet. Ich bin dabei. Ich hoffe ihr auch. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.